Wir haben hier nicht immer ein Netz, weißt du, es ist ein bisschen blöd, wir sind doch in so einem tiefen Tal und ich bin jetzt, obwohl es dunkel ist, den Weg hoch zum Parkplatz gelaufen. Da steht ein riesiges Reh, riesengroß. Es ist ganz lautlos in meinem Blickfeld getreten. Ein Tier in seinem Zuhause. Eine Erinnerung. Wir sind immer da. Auch wenn du an deinem Handy hängst und telefonierst mit Britta tausend Kilometer weit weg. Wir sind hier. Die Tür steht immer offen. Zwei steinerne Löwen bewachen das Tor. Menschen aus aller Welt sind durch dieses Tor gegangen. Von der Liebe angezogen. Das Land der Liebe. Es ist Zeit für eine lange Zeit. Mein Leben stimmt schon lange nicht mehr. Hier fragt mich niemand danach. Ich muss mich nicht erklären, warum ich hier bin, was ich suche. Einfach da sein. Es wird schon etwas zu tun geben. Und wenn nicht, dann tue ich eben nichts. Ich könnte ja mal das Handy einfach mal hochhalten. Den Fluss hört man ja immer. Ich höre den schon gar nicht mehr. Aber da, wo mein Zimmer ist, Dirk, das ist wirklich mein Wiegenlied. Ich habe immer den Fluss. Ich habe immer den Fluss. Immer wenn ich ins Zimmer komme, ist die Katze da. Nachts schläft sie mit mir im Bett. Kraulen und streichen. Eine Liaison. Liebe ohne Worte. Manchmal schnarcht die Katze. In den Bergen ist alles präsenter. Das Licht, der Wind, irgendwie das Wasser. Berlin ist so weit weg für mich. Dann kannst du froh sein, dass du ja auch einen Ort gefunden hast, wo du sein möchtest. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Satt nam, everybody. Mein Name ist Ramdas Kau. Some of you already know me. Ich bin der Direktor der Film Love is All. Du hast gerade gesehen den Teaser für diesen Film gesehen. Dealing with the subject of Les Martinets. Many of you have already been in this place. Today I speak to you because I want to ask you for financial support for help, for donation to finish my movie. Shooting is over. I'm quite happy with all the footage I shot in winter, in spring, in summer, in late summer and in autumn. Now the post-production process will start. Post-production in professional film work is very expensive. And to finance this work I need your help. so feel free to donate to get this movie Love is All finished next year because 2020 will be the year of 20 years Les Martinets. and any amount you can donate any 10 euro any 10 bucks or anything in your national currency will help. Sat Nam It's time for a surprise so this is why we have this screen over there so you're going to sit down next year to go next year we have the Vielen Dank.